hallo liebe play at home schucker gemeinde ich wollte zuschauer gemeinde sagen aber ist ja völlig egal denn ihr seid uns treu und dafür präsentieren wir euch erstklassiges wir haben in der letzten episode etliches an max besiegt geplättet und oliver amaze völlig amaze nun geht es weiter noch eine runde mit mir bevor ich wieder abgeben muss gezwungenermaßen und zwar mit der nächsten mission und zwar jetzt okay gut bringen sie in die unterirdische basse sie haben wir noch wissen dass wir so alles mit motherbase gemacht und alles vorbereitet deshalb geht sie halt eine hauptmission weiter bis wager ist in der hänge at the very bottom of the moon infiltrate the base and put a stop to the project by destroying peace walkers a ipad okay auf zum nächsten noch eigentlich ist ja immer alles wie ich habe spiel dazu kann mein hauptmission werden kann ich jetzt nicht mehr nein außer wenn man halt gast ist ne Da kann ja auch nur einer eins nexeln. Oh, du hast immer noch den. Das ist schlecht. Das ist noch nicht passiert. Das ist noch nicht passiert. Stimmt, wir hatten ja nicht gewechselt beim letzten Mal. So viel dazu, dass wir alles schon vorbereitet haben. Hm, naja. Das kann selbst losgehen. Der Haschpang. Vielleicht zieht er ja immer an dem Rauchfaden, der dann kommt, wenn er abgedrückt hat. Wer weiß, was Snake so tut. Er guckt ja auch immer gleich. Vielleicht guckt er bekifft. Besser. Das ist absolut richtig. Vielleicht die Übergebung? Ja. Ja. Blue Team, search for the intruders. Gold Team, guard the elevators. Go! Aha. Da oben ist noch... Da ist auch keiner auf dem Gang kommen, oder? Da sind die Geräusche. Aha, okay. Von hier weg. Ja, die sind jetzt da hinten hingelaufen, hast du gesehen? Okay. Das ist immer die Frage, ob die mit einem Schuss umfallen. Das ist immer die Frage, ob die mit einem Schuss umfallen. Ich weiß, dass ich etwas gesehen habe. Ich weiß, dass ich etwas gesehen habe. Guck mal, da oben steht noch einer. Oh, sehr gut. Der hat mich auch gesehen. Nee, nee. Der unten. Der da. Guck mal, der. Der jetzt gerade so passiert. Ich weiß, dass ich etwas gesehen habe. Hier oben kommen sie auf jeden Fall nicht hin. Versuch mal. Hey! Das ist, weil deine Lücke ist. Passt doch überhaupt. Da. Ich weiß, dass ich etwas gesehen habe. Vielleicht kann ich durchschieben. Das wird sie auch machen. Naja, gut. Ich... Bist du runter? Hier ist voll. Dann willst du aber nicht erstmal rumgucken, ob du da irgendwie... das klären kannst? Die würde ich erstmal so lassen, ne? Und dann... Ich werde mir auch nicht ewig schlafen. Wenn man das nicht zu lange braucht. Wenn die alle mit einem Schuss umfallen, könnte ich es aber ausschauen. Ja, wenn du meinst. Ah, dann fang doch mit dem hinten an. Weil... Da gucken sie halt nicht hin. Gut. 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 Nachlärm vielleicht? Sehr gut. Ah... Ja, jetzt. Jetzt denken. Sehr gut. Okay. Okay. Du könntest dich ja jetzt auch mit dem Folgen. Da sind noch mehr. Aber da sind noch welche. Ja. Siehst du noch jemanden? Auf jeden Fall ist noch irgendwo einer. Also der ist auch hier. Ähm... Ja, unter dir. Ich will nicht, dass die aufwachen soll. Schickst du da einfach weg? Gut. Ja, aber... Nicht, dass ich das nämlich entdecke. Jetzt bin ich gerade einmal so gut. Das ist doch die Auskosten. Aber... Nee, da andere Richtung. Da wo? Ja, ja, da irgendwo ist der. Oh, ich bin über mir bestimmt, ne. Keine Ahnung. Guck mal, da ist noch höher. Mach hoch. Nee, okay. Sie gehen doch, oder jetzt müssen wir den Folgen nehmen. Pfff, das ist ja nun mal. Ach! Ah! Ach! Das war's, was? Wuhu! Huch! 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 Oh, da ist noch irgendwo einer. So. Da läuft's. Oder da unten ist noch ein... Dings drin? Unter dem Panzer. Ich glaube, es ist schafflos. Aber da läuft auf jeden Fall noch ein Bauer. Zumindest. Oder vielleicht ist es ja noch einer oder andere. Ja, da kam. Siehst du, wie es ausschlägt? Ja. Das ist bestimmt nicht schaffbar. Ja, ist einer. Oh! Doch, ich sehe ihn plötzlich jetzt. Ach, da kam. Oh, das ist auch nicht so. Oh! Oh! Ja! Ach, der ist wieder aufgemacht. Das war der Hohmann. Da lag noch einer rechts. Ja, links, links. Und jetzt fliegen noch die da, ne? Von der anderen Seite? Oder? Also die schon alle? Es war nur einer. Achso. Es war nur einer. Ja, kannst du ihn aufzügen. Okay, gut. Danke euch. Hier, ne? Ja, auf, ne. Aufzügen waren auf der anderen Seite, wo die hier zum Wachen waren. Echt? Mhm. Ja. Ach, das ist der Kudel zu tun. Ja. 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 Ich hätte mich interessiert. Ja. 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 Nein. Doch, da kam einer. Mhm. Mhm. Vorsichtig. Ja, wenn ich schieße. Sieht alle aus, als würde es zur Textur gehören, ne? Also nicht veränderbar oder objekt. Ja. Okay, okay, okay. Das ist ein scheiß schlaues Spiel. Oh, da ist jemand, da ist jemand. Warum tragen die Sonnenbrille? Ja, die sind nicht... Oh, da finde ich brauche die Sonnenbrille. Wo tut der das? Was macht der? Ja, der verwirrt dich. Echt? Ja, da würde ich jetzt auch nicht bleiben, ne? Oder ganz in die Ecke? Vielleicht richtig in die Ecke, wo der kommt? Der bewegt sich nicht, ne? Der Fahrstuhl macht irgendwas. Vielleicht sind das neue Sicherheitsleute? Okay, ich mach da lieber nicht. Ich geh weiter, oder? Das würde ich sicher nehmen. Das sind bestimmt neue Sicherheitsleute. Bestimmt! Bestimmt! Von den Oberen, die ich gerade weggeschaut habe. Kannst du da rein? Ne. Da ist wer? Ah! Okay, da liegt keiner drunter. Der Wachmann? Ah, sehr gut. Wo liegt einer? Da, wo der Wachmann ist! Da! Vorsicht, da kommen welche. Wer ist das? Wer ist da? Ja, ja. Bleib da. Ist erstmal gut. Ich sehe Dinge. Ah, sehr gut. Sehr gut. Jetzt einfach vorbei laufen. Das ist gut so. Oder so. Ne, lassen einfach. jetzt hast du freie bahn verstehe ich nicht warum rennen die alle zum vorstuhl aber warum haben die nicht mitbekommen weil ich schon eher hingekommen ne das war jetzt auch zu viele mal wie viele noch gekommen sind die wollte ich nicht alle umhauen kein bock für auf weiß schon ja eigentlich nicht aber er läuft ja gut so sind blau Die Hühne ist ein schade! Schaut, dass man hier Reichen nicht wegschaffen kann. Ist da drinnen jemand? Nein. Was ist das? Hm? Ist jemand da? Oh, da hinten ist einer mit einem Schild. Den kannst du, wenn er reinkommt, gleich mit Nahkampf, ne? Da hinten ist der mit Schildern. Guckt der mich an? Ja. Zumindest guckt er zu, ja. Wand, Wand ist im Weg, jetzt. Gut. Zwei. Ach, zwei. Dann muss man wetten. Genau, ja, ja. Der sieht dich aber noch nicht, ne? Das ist schon noch ein bisschen zu weit. Das ist schlecht. Aber du kannst doch auf die andere Seite rum. Okay, so nicht. Schon auf die Seite, genau. Dass du den ohne Schild erstmal vor dir hast. Wo bist du denn? Sei schon klar, ne? Du musst erstmal gucken. Lass ihn, lass ihn, oder? Scheide, da ist fast weg. Das ist sehr gut. Du musst ihn holen. Du musst ihn holen. Einfach noch geradeaus, dann ist es wirklich sehr gut. Nach, nach, nach. Oh, okay, da ist er. Ja, da ist er. Da liegt er nicht nach vorne. Wo? Ja, bestimmt da drinnen. Da, der Tu, wo du gerade bist. Und da kommst du nicht rein, aber da liegt er bestimmt. Hä, das macht ja keinen Sinn. Warum soll der da liegen? Na, vielleicht wenn du da einen... Du kannst jetzt weiter... genau. Und jetzt... Das geht bei Schildklappen nicht. Da kommt jetzt noch welche. Nachladen vielleicht nochmal. Okay. Ähm... Jetzt schilt man welche ab. Wolkenmeer... So, jetzt seh ich nochmal rein. Vor die anderen Kopf. Du musst jetzt ganz schnell Aktionstaste drücken, wenn du da beim Aufstemm-Tür bist. Wo sollten die denn? Die sehen mich ja nicht. Du hast nur noch drei Schuss. Mit der Waffe. Aber ich hab ja noch die... Keine Ahnung. Achso, den Wissenschaftler krieg ich jetzt eh nicht mehr. Ne. Ganz oft wiederholen. Ja. So, ich hab ja keinen Vorschlag. Wir wissen nicht, wie wir reingekommen wären. Wir wissen nicht, wie wir reingekommen wären. Na, ähm... Reigen wären wir vielleicht gekommen, wenn nur eine ausgeschalten hätte, eine Wache und dann durchsucht. Dann wäre vielleicht nur eine Schlüsselkasse gekommen. Aber naja. Man kann nicht alles haben. Ja. 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 Begrüßt? About your final mission. My final mission? The one in Krasnigrad. I've never been on a mission there. September 1964. You betrayed the United States. And then... I killed you. I have no record of such a debriefing. Listen to me. I have to know. Did you defect to the Soviet Union of your own free will? There is no mission record matching that description. Jack. You're not the boss. The boss is dead. Don't do it, Jack. Drop your weapon, big boss. Mammal showed the same response back at the lab. It's a sure sign that you are nearby. It's an honor to meet you again, big boss. I've seen that coyote before. Lobo is the name. Lobo? Smells like a rotting corpse to me. I know all about you. Selina Yarsk. Ten years ago. You were involved. The operation to eliminate the traitor. I planned the whole thing. Shouldn't suit like you be back at Langley. What the hell are you doing here? It's what the CIA does best. Ensure people in the know keep their mouths shut. Or else pack them off someplace where there's no one to listen. I get it. Trying to claw your way back into their good greases. It's not quite that simple. My aim is a new world order. Detente, the NPT. Salt, TTBT. Ever since the Cuban Missile Crisis, the structure of the Cold War has been coming apart at the seams. A new age is dawning. An age in which Peace Walker, an infallible nuclear deterrent system with the patience and cold logic of a machine, will play a vital role. That's your plan. Assigning humanity's sins to a bunch of machines. Quite the romantic. Remember the Cuban Missile Crisis, when the commander of a Russian sub refused an order to launch a nuclear-armed torpedo at an American destroyer? In retrospect, that man was a hero. He saved the world from all-out nuclear war. Humans are incapable of destroying themselves. But an AI wouldn't hesitate to push the button. Precisely. Making it the one real deterrent. People hesitate, lose their nerve. Isn't that why deterrence theory works in the first place? No. Machines don't make mistakes. Only men do. That's why a fully automated, mechanized deterrent, a Peace Walker, is needed. Once our system is embraced, Langley will again turn its attention to Latin America as the cockpit of the new Cold War. Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama. Peace Walker will be deployed along Central America's entire Caribbean coast. All of North America, South America, and the West Indies will be within its range. We'll bring law and order to the entire continent. And you'll still be calling the shots. Hmph. You still don't get it. The age of heroes is over. Buried alongside the boss and her bankrupt beliefs. From now on, our only heroes will be machines. Surely no one understands that better than you. Except perhaps your partner. A deterrent for hire. An army without borders. You've invented a new system too. And an admirable one at that. That's supposed to be an offer. I'm not offering anything. If I'm to sell my new system, you, and yours, have got to go. Wait. Coldman. I have questions for him. Information critical to the completion of the mammal part. Give him to me. Hmph. Don't waste too much time. We've just received word that the SALT II talks are on schedule. We will launch on time. Snake. You are going to help me resurrect her. Shut up! The boss is dead. Bring him. Come on, Fry. From thepatine. The boss is talking. From theير if us. What you think? You're unid than me. Mr. An provocation dot. There are two of, we haven't seen the heut for Putin. Vielen Dank.